Herr Poppen, die 70-Jahre-Feier ist ja auch so etwas wie eine Einweihung von den neuen alten Räumen. Welche Bedeutung hat denn diese Rückkehr für Sie persönlich? Ja, das ist schon auch eine emotionale Bedeutung, weil es auch mit Traditionen zu tun hat, gerade wenn man mehrere Generationen lang schon Zeitungen herausgibt. Und wenn man weiß, was in diesen für unsere Familie 170 Jahren alles passiert ist, was da politisch passiert ist, wie versucht wurde, die Presse zu beeinflussen und zu zensieren, dann ist das schon ein tolles Erlebnis, das zu sehen, wie hier wieder gearbeitet wird.